Recht herzlich willkommen zur 105. Folge von Arborion. Ja, es gab so ein paar Update-Geschichten wieder, die haben Rollback gemacht und dann wieder ein Rollout und naja, ich weiß nicht, wie jetzt der Stand der Dinge ist. Schauen wir mal gerade rein, also dieses Symbol ist von meinem Schiff noch da, wir haben hier noch ein weiteres Schiff, das ist der Trader 1. Und ich glaube, bin mir nicht sicher, ist dieser Bereich neu da rum? Ich glaube schon. Er eskortiert uns aber auf jeden Fall wohl noch, denke ich. Oder auch nicht, das weiß ich jetzt nicht. Was passiert? Hier können wir eskortieren klicken. Warte mal, so jetzt. Okay, dann kann man hier das Schiff aus... Nein, kann man nicht, weil es nicht in Reichweite wahrscheinlich ist. Ja, das würde jetzt bedeuten... Warte mal, was ist denn hier? Sektor patrouillieren. Feinde angreifen, abbauen, abwracken, das ist eskortieren, das ist Güter kaufen, das ist Güter verkaufen, stoppen. Also wir wollen ja erstmal das hier ausprobieren, ne? Und zwar wollten wir Rohöl haben, das ihr nicht kennt. Oder ist das Rohöl da drunter, in dem Pfeil versteckt? Ah, ist doch da. Rohöl. Wir haben Sprache von einer Menge von 50.000 letztens, das ist aber Blödsinn. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel in diesen Fracht da reingeht, aber ich glaube keine 1.000. Dann lass uns mal 2.000 nehmen. Und wir wollen zu einem Preis von... Durchschnittspreis ist nicht so. 20% da drunter, also 80%. Und das kaufen wir. Interessant. Jetzt geht hier ein neues Fenster auf. Erste Sache ist, kaufe Rohöl bis 2100. Steuerungstaste ist, Icons bewegen. Jetzt frag mich nicht, welche Icons mit der Steuerungstaste bewegt werden können. Achso, dann geht es hoch und runter, alles klar. Dann kann man dann besser den Sektor auswählen. Das ist eine gute Idee. Shift ist halten, Befehlkette. Das verstehe ich jetzt nicht. Schleife, Sektor. Ach, da versteckt sich noch mehr hinter, das ist das wohl. Die Hand ist jetzt weg. Und das ist hier eine Schleife machen. Sektor patrouillieren. Ah, das bedeutet, wir können jetzt den nächsten Güterverkauf machen. Und zwar Rohöl 2000 Restmenge auf dem Schiff mindestens zu Prozentdurchschnittpreis verkaufen. Da gehen wir jetzt auf 120%. Achso, okay, verkaufen. Hier, jetzt ist Achso, was hat er das? Ne, das wollte ich ja nicht. Der ist ja doof, der Bückel. Güter, kaufen. Nochmal. Rohöl. Die Öl nehmen habe ich sofort. Ja, passt. Einzukaufende Menge ist 2000 mindestens Durchschnittspreis kaufen bei 80%. Hier gibt es keine eigene Station. Das ist schade. Kaufen. So. Du benötigst dafür ein Handelssystem in deinem Schiff. Ah, gut. Das bedeutet, das funktioniert so nicht. Wir müssen also nochmal zurück mit unserem Schiff und dem das Handelssystem verpassen. Die Frage, ob wir eins haben, ne? Also wir haben eins, aber eins in Reserve, meine ich jetzt, ne? Ne, haben wir nicht. Müssen wir dann besorgen. Gut. Die Frage, wo finden wir eins? Was haben wir denn hier so? Was ist das? Werkzeugfabrik. Die produzieren Werkzeuge. Lass mal gerade gucken, was das da sonst noch so auf sich hat. Schwarzes Brett. Platinen wollen die haben. Okay. Das war jetzt da. Ne, das ist was anderes. Carbon-Extraktor. Können wir aber auch gerade reingucken. Das wollen die haben. Was ist das? Ne Maisfarm. Können wir aber auch angucken. Wasser wollen die haben. Okay. Das war jetzt die Null. Da ist ein Handelsposten. Ja, ne, wir müssen mal gucken, was gibt's denn hier. Erz-Extra-Fabrik, Carbon-Extra-Handelsposten, Langtonsammler. Hier gibt's Aluminium, Erz-Waffenfabrik, Handelsposten, Wuppe, Wassersammler, Ressourcendepot. Und, ja, ich glaube, wir machen das so, dass wir das Schiff mal holen und auch in diesen Sektor kommen, wo wir unsere eigene, Entschuldigung, unsere eigene Produktion haben. Und dann gucken wir mal, was wir da machen können. Allerdings ist die Frage, ob das Schiff hier wegkommt. Schiff, halten, beliebige Befehlskette. Eine Schleife. Was ist eine Schleife? So, Steuerung, Icons bewegen. Okay, das war dafür. Schleifgüter kaufen. Kaufe Öl. Ich bin jetzt über Verkaufen. Öl. Verkaufen. Ah, Menge. Jetzt hat es funktioniert. Also die Shift-Taste muss man halten, damit man das verketten kann. So, und jetzt kann man das rückgängig machen. Icons bewegen ist klar. Shift-Taste drücken, um eine Schleife zu produzieren. Das habe ich jetzt nicht verstanden. also ich würde jetzt gerne die Schleife produzieren. Und der das immer wieder macht. Aber ich sehe nicht, wo das eingestellt ist mit der Schleife. Ne, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehen wir, was er jetzt machen soll. Und er sagt mir natürlich, dass das außer Reichweite ist. ist okay. Gut, dann nicht. Dann machen wir das jetzt so. Ich kann das Schiff nicht befehligen. Kann ich hier was machen? Okay, da geht nichts. Raus aus der Karte. Und wir müssen jetzt mal gucken, dass wir zu dem anderen Schiff kommen. Ist das das? Ne, das ist schon das Tor, was wir eigentlich fliegen wollten. Aber nicht fliegen, ne? Weil wir jetzt erst zurück müssen. Und das Tor ist hier. Da wollen wir hin, Südost. Das passt. Dann fliegen wir gerade zurück, um dann nochmal zu gucken, dass wir ein Handelssystem in das andere Schiff kriegen. Aber wir haben jetzt überhaupt keinen Sachschon. Kein zweites Handelssystem. So, mal gucken. Da ist unser Schiff. Was macht das? Was macht dieses Schiff jetzt? Was macht es? Okay. Okay. Gute Frage, ne? Das macht jetzt gerade gar nichts. Oder? Ja, der steht hier rum. Interagieren wir mal mit. Machen wir Fehl rein, dass es uns patrouillieren soll. Genau, und dann schauen wir mal gerade, wo wir ein Handelssystem herkriegen. Reparaturstock und Schiffswerft. Was ist das da jetzt für ein Zeichen? Achso, das ist wahrscheinlich der Befehl. Jetzt ist nur die Frage, wo finden wir jetzt? Fliegen wir mal nach da. Nordwest sind wir hergekommen. Brauchen wir nicht. Wir brauchen dieses Tor dann. Osttor, genau. Da fliegen wir mal ins Osttor. Gucken wir uns das da gerade an, was wir da machen können. Aber Glück gehabt, dass wir dann noch reingeflogen sind, ne? So, hier gibt es natürlich nichts. Also, Karte können wir trotzdem angucken. Jetzt müssen wir warten, bis er nachkommt. Und dann ist die Frage, wo wir hinfliegen. Wir fliegen einfach hier mal nach da. Achso, da gibt es eine andere Gesellschaft. Ost, Süd, Ost. Ost, Süd, Ost. Der eine andere Fraktion. Und die andere ist da. Das ist die gleiche Fraktion. Nord, Nord, Ost. Ja, dann fliegen wir da lang. So. Jetzt müssen wir nur warten, bis das Schiff durch ist. Irgendwann der grüne Button nach unten erscheint. Dann ist das Schiff nachgekommen. Gibt es hier so viele Türen? Vier Stück. Torgebühr bitte bezahlen, dann ist es nämlich da. Xanion Despair 4. Ja, wäre schön, wenn das Schiff jetzt kommt. Damit wir weitermachen können. Was passiert jetzt? Kommt es oder kommt es nicht? Das braucht verdammt lange, ne? Ja, mei. Kann nicht so schwer sein, jetzt durch das Tor zu fliegen, ne? Und so weit waren wir doch gar nicht weg, oder? Das ist das West Tor. Das müsste aber ein West-Süd-West-Tor sein. Oder? Das ist ein Süd-West-Tor. Ja, was passiert jetzt? Ich glaube, das kommt nicht. Irgendwas haben sie kaputt gemacht, oder? Warte mal. Es könnte natürlich auch sein, dass hier eskortieren geht nix. Da ist nur ein Bug dran, ne? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Das gestaltet sich gerade etwas schwierig. Gucken wir mal, wo es bleibt. Da ist es. Interagieren. Befehle. Mich eskortieren. Das kommt jetzt auf jeden Fall näher, ne? Also, das funktioniert jetzt. Und wir können jetzt mal durchs Tor fliegen und gucken, ob das da noch passiert. Aber da warten wir erstmal ab. Ja, es ist ja jetzt ziemlich nah. Ja. 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 Kommt es jetzt da durch, oder nicht? Da ist es. Okay. Keine Ahnung, warum es eben nicht klappte. Auf jeden Fall können wir jetzt da hinfliegen und dann weiter. Etwas forschen. Das kommt ja jetzt noch, oder? Ich gehe davon aus, dass das jetzt folgt. Und dann gehen wir mal gucken, was wir da so in dem Tor kriegen. Wie es da weitergeht. Okay. Hier gibt es was auf jeden Fall. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich suche. Das ist unser Tor. Da sind zwei weitere Tore und da unten ist noch eins. Was ist das? Ost-Nort-Ost. Ja, könnte man jetzt machen, ne? Das andere ist da. Lass uns da lang fliegen. Das ist aber flott unterwegs. Folgt es uns oder nicht? Das ist die Frage. Ich weiß nicht, wem es folgt, aber... Ah, jetzt kommt es wohl näher. Jetzt hat es die Steuerung in den Griff gerichtet. Puh. Puh, das war knapp. Fliegen wir mal durch das Tor gerade. Und hier ist nix. Super. Es geht hier aber noch weiter. So ist es nicht. Also fliegen wir auch weiter. Da unten ist n... Süd-Süd-Ost-Tor. Ne, ich würde das andere lieber favorisieren. Das da ist. Ost-Nort-Ost-Tor. Noch warten, bis da kommt. Damit wir das gleich hingekriegt haben. Machen wir mal die Waffen aus, bevor wir irgendwo drauf zielen, ohne dass wir das wollen. So, jetzt müssen wir wieder warten, bis er kommt. Und... Feindschiffe kommen nach, springen rein direkt zum Gegner. Das ist krass. Wer sind das Piraten? Ja. Ist jetzt krass, da mal gerade mit anzugreifen, oder? I. Okay. Die Taste I habe ich jetzt gerade. Und da sehen wir eine Übersicht von... unseren anderen Schiffen. Sehr interessant. Das ist inaktiv. Auf der Karte zeigen. Okay. Was haben wir da noch? Da können wir alle Teile angucken. Diplomatie zu den anderen. Ja, ich werde denen da nicht helfen können, denke ich mal, oder? Oder ich könnte es. Ne, wo muss ich jetzt hin, um... meine Waffen zu sehen? Tesla. Bergbau. Und Abwrack. Also brauchen wir nur eins. Dann fliegen wir doch da mal gerade hin und gucken uns das an. Ob wir das unterstützen können. Das ist näher. Das ist näher. Das ist näher. So, den machen wir mal schnell mit platt. Der ist kaputt. Der schießt nicht mehr. Dann machen wir den mit kaputt. Da geht was. Der ist auch kaputt. Jetzt bist du dran, ne? Die kriegen wir auch kaputt, die Piraten, ne? Okay, wir werden gerade zwar von denen anders noch mit angegucken, aber wir konzentrieren uns jetzt auf den hier. Das ist auch kaputt. Und der hier jetzt. Der ist kaputt. Und jetzt hat er nur noch die paar hier. Den kriegen wir auch noch gleich hin. Na komm schon. Lange hältst du auch nicht mehr durch. So, jetzt kommt schon. So, der ist auch fertig. Oh, wir haben eine Belohnung gekriegt von denen. Auch sehr schön. So, jetzt ist die Frage, wer ist der Abwracker? Der ist auf drei liegend. Dann können wir das mal machen, ne? Ist unser Schiff denn jetzt eigentlich schon da durchgekommen, oder? Hat es den Weg nicht gefunden? Ich glaube, es hat den Weg nicht gefunden. Ich sehe nichts Grünes hier am Rand. Ja. Können wir jetzt schön hier zerbasteln, ne? Ein paar Explosionen. Aber keine schönen Teile bis jetzt. Tja. ist das optimiert worden hier mit dem abbauen ich glaube schon oder mal jetzt fast nichts rausgekriegt da ist noch was das können wir gleich holen könnte das hier auch noch zu dem schiff ich weiß es nicht okay das teil ist jetzt alles abgebaut kriegen wir jetzt noch ein paar credits oder so da ist das nächste ja wir haben jetzt unser schiff hier noch nicht das ist leider nicht gefolgt dann können wir das mal so steuern jetzt will ich das so dahin und das ist schon da aber wie sehe ich das und dann ist es jetzt gleich hier ok kurze strecken gehen dann am besten wohl so die frage wann es hier erscheint ne ob ich denn jetzt das wrack am visier da so abbauen also das ist ein bisschen verbessert worden es ist jetzt nicht mehr so dass man jede antenne abbauen muss noch und da kriege ich das erste teil und das war eine waffe und jetzt war energie schild oder was ist da war ein klein bisschen zurück obwohl das fliegt nicht gut sonst geht es wieder ok ne das war jetzt nicht so die tolle idee da ist es wir raten greifen den sektor wieder an so jetzt haben wir das weg muss wir das teil noch gerade abfrühstücken und da was rausgekommen nein so jetzt ist mein schiff da irgendwoher kommen und wird auch angegriffen sehr schön natürlich der hammer ja du bist jetzt dran da brauchst du gar nicht die drehen und wenn du willst ich werde dich kaputt machen greift gerade mein schiff an und das geht gar nicht so jetzt bist du auch dran macht hier keine sorgen drum mein schild ist gleich da darf ich nicht aus den augen verlieren und ist mein schiff nachher auch wieder kaputt ich weiß gar nicht wie groß der schutzschild von meinem anderen ist von dem trader und da bist du und da kannst du jetzt auch noch einer dann mache ich mir jetzt keine gedanken drum dich löschen wir auch noch aus ich glaube wir haben deine waffen gerade erwischt kann das sein gut ist nur irgendwo einer ich glaube nicht ne dann packen wir mal gerade ab ich weiß gar nicht ob sich das schild jetzt wieder auflädt glaub nicht ne so jetzt aber komm bisschen hier was rausholen ja die folge wird natürlich urs lang wie ich gerade sehe ok der ist weg geflogen so aufgrund haben wir gleich bisschen kredits und was das auch immer sein mag einsammeln da ist noch einer oh der sieht jetzt nicht gut aus ne ich glaube wir wechseln mal gerade das schiff gehen wir auf bauen das können wir auch von dieser seite aus machen und schiff reparieren gut dann gehen wir aus dem baumodus raus bleiben hier und das schiff ist heile das ist schon mal gut und können jetzt den hier abwracken ok 2 geteilt komm schon ich hätte gerne ein handelssystem jetzt da raus gehabt kann aber nicht kann aber nicht kriegen wir ein bisschen schrott und so ne aber mehr auch nicht kriegen wir da noch ein teil raus was noch brauchbar ist also hier knallt es ja ordentlich aber ein bauteil habe ich auch noch nicht gekriegt jetzt gab es was subraum säure gab es ja und jetzt das teil noch vor meiner nase kriegen wir das noch ja das war es dann ne sind noch so zwei kleine dinge da ist auch noch einer und aufgeräumt ne das hat man jetzt nix das ist ja voll doof ne so er kriegt wieder ein befehl und soll uns eskortieren und ja durch das tor ist es jetzt ein bisschen mit dem update schlechter geworden dass er uns folgt das ist schade aber das ist halt so ist da noch ein wrack oh ja da ist noch ein wrack ok aber wir machen jetzt hier schluss weil die folge ist doch schon verdammt lang ja wenn ihr noch nicht abonniert habt macht das wenn es euch gefallen hat daumen hoch und ja dann würde ich sagen bis zur nächsten folge vielleicht können wir den da noch abwracken ich weiß nicht vielleicht ist er auch nach dem spielspeicherstand weg ok bis dann tschüss